Mein Name ist Tain Tabor. Ich bin aus Amsterdam in Holland und ich bin ein Musiker. Ich habe in vielen Rock'n'Roll Bands gespielt hier in Holland, war auch sehr erfolgreich, aber nach einiger Zeit dachte ich, puh, so viel Lärm. Und so bin ich sehr tief in die Stille eingetaucht und während 14 Jahren habe ich wie ein Yogi in Amsterdam gelebt, was eine ziemliche Herausforderung ist, aber es hat mich viel darüber gelehrt, über die innere Reise des Sich-Erinnerns an mein wahres Selbst. Nach einiger Zeit habe ich entschieden, Menschen zu unterstützen, zu sich selbst zurückzufinden, und habe Artikel geschrieben und Bücher über meine innere Reise. Mein erstes Buch hieß Crashkurs zur Erleuchtung, ist ein ganz großer Hit, ein Bestseller geworden in Holland, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich war davon ausgegangen, es sei nur für eine sehr kleine Gruppe von Menschen, aber die Mainstream-Medien sind irgendwie da aufgesprungen und das Timing muss wohl gestimmt haben. Ich habe auch hier in Holland ein großes Meditationsnetzwerk gegründet, denn ich glaube, dass wenn viele Menschen gemeinsam meditieren, dass wir eine große Kraft erzeugen, die auch eine Wirkung, eine große Wirkung auf die Umwelt hat. Was ich auch sehr, sehr liebe, ist es, stille Retreats zu geben, denn ich liebe die Stille. Ich schreibe viele Bücher und das letzte Buch, das ich geschrieben habe, heißt Timebender. Es ist in Romanform geschrieben und nun, es ist etwas, das ich nicht einfach so in ein paar kurzen Worten zusammenfassen kann, aber wenn du neugierig bist und wissen willst, was hier auf diesem Planeten abgeht, dann denke ich, dass Timebender für dich richtig ist. So, ich glaube, das ist so ungefähr das, was ich über mich zu sagen weiß im Moment.